Ja, das Danke geben wir zurück. Und hier geht es weiter mit brisant prominent, ganz normale Familie, Hause Beckham. Da gibt es Streit. Jetzt mehr. Den Satz, schau mir in die Augen, Kleines, den könnte das Kino auch für ihn geschrieben haben. Gut, das ist nicht ganz so gewesen. Er aber hat diese magischen Augen, die man eben nicht mehr vergisst. Wir sind bei Udo Kier heute. Der Mann ist echt eine Marke für sich. Schlau, schnell, sehr lustig. Schon wenn es nur darum geht, bitte, Herr Kier, stellen Sie sich doch mal vor.